Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 11.05.2021. Unser DAX hat definitiv mal die Säge reingeholt und hier ein bisschen ins Päuschen reingeschlagen. Gleich vorweg einfach noch mal der Hinweis, ich habe mir gestern wieder ein paar Minuten genommen, zu erklären, warum, wieso, weshalb wir etwas analysieren. Viele deuten das immer als eine Art Rechtfertigung. Es ist aber trotzdem einfach Fakt, dass immer wieder neue reinkommen, die sich schwer damit tun, unsere Analyse zu verstehen, die sich einfach schwer damit tun, dass eben ein Analyst auch nicht immer zu 100% einfach weiß, was kommt und dass es auch vielleicht gar nicht das Ziel ist, 100% zu wissen, was kommt, sondern dass man sich, gerade wenn man eine Analyse für jeden Tag macht, dass man sich immer für den Tag einfach bestimmte Nachhinein rauspickt, die mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dann eben so eintreten können. Und das kann heute Long, morgen Short sein, übermorgen wieder Long, übermorgen wieder Short. Wer da den Eindruck hat, dass eine Seite immer bestärkt rausholt, der muss insbesondere vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass er nicht bloß das aus der Analyse raushört, was auf die eigene Meinung gerade passt. Also ich höre das immer mal wieder, dass viele zu mir sagen, ja, letzte Woche warst du total negativ, diese Woche bist du total positiv. Grundsätzlich mache ich immer neutral, dass ich beide Seiten beleuchte, die Chancen und die Risiken auf der Oberseite. Das heißt, heute bist du total positiv und heute bist du total negativ. Na klar, sage ich mal, dass ich das eine oder andere gerne hätte und ziehe größere Ziele auf. Aber wenn ein Trend bricht, ein Abwärtstrend bricht, dann ist eine Trendfortsetzung aufwärts wichtiger. Deswegen haben wir letzte Woche gesagt, eben wenn dieser Trend bricht, hier, hat er entsprechende Potenziale, eben dann mit Aufwärtsgap und bis ran an die 4,10. Genauso hatten wir unten drüber gesprochen, dass wenn hier neue Tiefs kommen und der DAX tiefere Tiefs ausbildet, dass er unten raus enorme Potenziale auch wahrnehmen kann, weil jeder Trendwechsel nach unten, auf einem größeren Bild, auch im Tageszeit, immer mit tieferen Tiefs anfängt. Das heißt natürlich, was wäre jetzt zum Beispiel, wenn der DAX wieder hier runterfällt? Natürlich wechsle ich sofort wieder mein Hemd. Aber das ist meine Aufgabe. Es bringt mir ja nichts, wenn ich euch hier unten sage, hey, passt mal auf, von der Woche habe ich noch gesagt, der kann oben raus. Wir müssen long gehen, wir müssen long gehen. Guckt mal, die fetten roten Kerzen geht hier long, haut schön gegen die fallende Bewegung, schön ins Messer rein, geht long, geht long. Das ist nicht Sinn und Zweck einer Analyse und das ist auch nicht meine Aufgabe als Analyst, sondern meine Aufgabe als Analyst ist die Regelmäßigkeit, ein bisschen vorzukasten, damit wir über den Tag einfach ein bisschen vorbereitet sind. So haben wir uns gestern hingesetzt und haben gesagt, für den Montag kann er auf jeden Fall weiter gerade durchziehen. Das heißt insbesondere, wenn er eben schön sich über 400, über 410 drückt. Wir haben gesagt, dass man vielleicht den Xetra-Start, dass man vielleicht noch so 10 Uhr abwarten sollte und wenn der DAX dann schön aufwärts treibt, ruhige, konstante Kerzen nach oben macht, dann darf er gerne bis 450, 15, 550, 600, 670 und so weiter und so fort. Wenn er aber rote Kerzen direkt früh gleich runter drückt, dass er dann wahrscheinlich eher in einen Rebound geht. So, dann setzt man sich hin, also ihr an eurer Stelle, guckt dann früh, sind das denn grüne Kerzen? Zeigt er sich denn ruhig, zeigt er sich stabil und kleckert da immer Stück für Stück weiter hoch oder bringt er rote Kerzen? Und dann kann ich sagen, oh, rote Kerze? Ah, also Martin hat gesagt, wenn, und dann richte ich mich danach halt. Aber versucht das nicht immer als, ich glaube, manche versuchen hier zu große Swing-Trades aus einer Analyse für einen einzelnen Tag immer rauszuziehen. Das ist vielleicht dann nicht die passende Analyse dafür halt auch. Dann sollte man sich vielleicht jemanden raussuchen, der auf eine Woche oder auf einen Monat das PSB ausmalt. Wenn ihr mich zum Beispiel auf Woche oder Monat fragen würdet, dann hätte ich eine ganz andere Meinung, wie ich sie teilweise untertäglich habe. Untertäglich würde ich mir für kurz, 30, 50, 100 Punkte in so einer Situation immer wieder eine Long-Situation rauszuholen oder eine Long-Möglichkeit. Während ich zum Beispiel jetzt auf Wochen-Chart ganz klar Long-Position reduziere, haben wir auch einen Premium-Dienst rumgeschickt. Wir haben ja hier ETFs gekauft, damals im Corona-Tief haben wir einen ETF-Sparplan hochgezogen, haben quasi die ganze Kuhle hier unten einmal ausgehöhlt und haben hier gesagt, als alle gesagt haben, boah, das wird ja jetzt jahrelang runtergehen, haben wir schön ETFs gekauft, haben dann hier auch noch genau an dem Tag, haben wir auch gesagt, hier unten als die L4450 eingetroffen ist, haben wir auch gesagt, jetzt nochmal perfekte Chance zum Nachkaufen, eben wer da unten das verpasst hat, hier jetzt nochmal rein. Das ist teilweise auch gegensätzlich sogar zu dem, was ich Intraday mache, aber Intraday geht es mir einfach darum, ein Wahrscheinlichkeitsvorteil zu nutzen. Das ist doch die Aufgabe, die ich als Trader habe und natürlich habe ich hier in dem Bereich jetzt auch von den ETFs, das haben wir jetzt auch im Premium-Dienst wieder reduziert, Position reduziert, weil ich schon glaube, dass wir hier was runtergehen, aber deswegen muss ich für eine Analyse auf Tagesebene für den nächsten Tag ganz genau gucken, was macht er die nächsten zwölf Stunden und wenn ich in den nächsten zwölf Stunden mit kleinen Long-Positionen mir einen Vorteil erschaffen kann, dann nutze ich die doch, dann nehme ich mir die doch. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Martin jetzt unbedingt davon ausgeht, dass der DAX jetzt nach 17.000 steigen muss, bloß weil wir sagen, wir würden hier vielleicht mal eine Long suchen, wenn der Channel bricht. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man das auch richtig einordnet, dass man nicht aus der Analyse vielleicht mehr verlangt, wie sie eigentlich dafür gemacht ist oder geschaffen ist und dass man sich wirklich auf das konzentriert, was wir machen und wir analysieren auf der Ebene hier tatsächlich, was machen wir jetzt, das ist jetzt die Analyse für Dienstag, was machen wir jetzt am Dienstag von 8 bis 22 Uhr in der Kiste? Nicht, was machen wir jetzt bis Freitag, sondern was machen wir jetzt Dienstag 8 bis 22 Uhr? Dafür gibt es diese Analyse. Und Dienstag 8 bis 22 Uhr würden wir jetzt hier tatsächlich dann sagen, wir haben ja den Rücklauf angelaufen, wenn der DAX sich nach unten entwickelt und hier weiter runter treibt, würde ich sehr, sehr, sehr kritisch im Bereich um 1,80 bis, ich sag mal 1,50 schauen, ob der eine Drehung nach oben hinkriegt. Und wenn der dort eine Drehung hinkriegt, auch wenn ich Long-Positionen überrottet und auf Tagsebene vielleicht reduziert habe, weil ich glaube, dass der Markt weiter abkippt, hätte ich hier eine enorm erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der DAX wieder sich nach oben auftritt. Das heißt, ich gucke mir hier grüne Kerzen an, grüne Stundenkerzen. Wenn die nach oben kommen, dann ist das eine Long-Chance. Und wenn es erst mal nur bis 15,300 ist, das kann schon vollkommen reichen, man hat so ein paar Punkte verdient, kann in den Feierabend gehen, fertig. Von daher wirklich immer ein bisschen aufpassen, dass ihr die Analyse, ich glaube, ich mache da auch mal ein Video, wir tauschen mal dieses Video auf dem Kanal vorne aus, wird es immer wieder, also ich merke es einfach an den Kommentaren halt, dass viele das nicht verstehen oder verstehen wollen, was wir hier eigentlich machen. Und dann nutzt man das auch komplett falsch oder nicht zum Vorteil und könnt euch die Pfeile angucken. Also das ist nicht Quatsch, was wir hier machen. Wir liegen sehr, 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 sehr oft richtig gut drin. Guckt euch die Marken an, wie die immer wieder präzise angenommen werden, wie der Markt teilweise sogar fast den ganzen Tag über das Pattern liefert, was wir einen Abend vorher besprechen. Und wer da mit einem falschen Anlagehorizont unterwegs ist und aus solchen Aussagen sich Trades für eine Haltedauer von zwei Wochen rauspickt, zumindest auf dem, was man jetzt hier konkret zeigt, das ist vielleicht dann ein bisschen eine Vergewaltigung auch der Analyse auf der Ebene. Da sollte man aufpassen, dass man vielleicht dann die richtigen Dings rausnimmt. Von daher, grundsätzlich, kurzfristig bin ich positiv gestimmt. Könnt ihr mir vorstellen, dass der auftritt, aber ich sage euch das jetzt schon. Ich werde mich hier, werde mir den Teufel drehen und sagen, gestern wollte ich noch lang. Dann drehe ich meine Meinung, wie es mir bepasst. Hier unten ist für mich die Wahrscheinlichkeit unten raus wieder erhöhter und würde dann dort entsprechend Short suchen. Genauso wie wir hier gesagt haben. Dax ist abwärts gerichtet, kann jetzt hier die einzelnen Marken rausnehmen und so weiter, wenn er mit roten Kerzen anfängt. Dann würde er wahrscheinlich zum Montag noch gar nicht so viel schaffen, aber eben zum Dienstag dann. Und das ist jetzt genau eingetreten. Das heißt, sehe ich jetzt im Dienstag Potenziale, die man hier wahrnehmen kann, bis 2,70, 2,30 und eben den Bereich um 1,80, 1,60. Das ist für mich so die spannendste Zone eigentlich am Dienstag. Kriegt er nämlich hier eine Drehung rein, kann er bis zum Donnerstag nach oben durchziehen und dann würde ich in 1. eine 2. Aufwärtswelle und noch eine 3. daneben stellen und die kann locker bis ans Allzeithoch, wenn nicht sogar ein Stückchen drüber gehen. Und da würde ich dann eher sogar sagen, geht er in die 550 bis 15.600 rein, wenn er sich dann hier wieder richtig hochstreckt und rausdrückt. Solltet er aber den Bereich fallen lassen, hier wieder in diesen Aufwärtstrend reinfallen, dann reduziere ich Long-Position, die ich aufgebaut habe und versuche wieder auf Short eben zu versuchen, dass er hier vielleicht sogar noch ein tieferes Tief rein kriegt, hier in dem Bereich. Weil dann haben wir nämlich hier auch ein tieferes Hoch stehen lassen. Und das heißt, ich würde dann eintreten in den Kanal, durchaus wieder Short suchen. Und das ist halt Intraday-Trading. Das heißt, mir kann das heute egal sein, was morgen ist und morgen kann mir egal sein, was gestern gewesen ist. Ich versuche für den Tag, mir einfach ein paar Punkte rauszubeißen. Und das Tag für Tag für Tag, ohne dass ich aber sage, ich muss jetzt jeden Tag irgendwas handeln. Ich handel das, wenn genau das eintrifft, was ich haben will. Wenn er genau das macht, was ich haben will, dann versuche ich den Trade zu machen. Und eben nicht instinktiv, so wie man das Ganze am Anfang macht, genau dann, wenn er eben nicht das macht, was man haben will, das Gegenteil zu handeln von dem, was gerade kommt, weil er ja in die Erwartungen dann reinrennen muss. Also zum Beispiel, wir sagen, er muss jetzt hier drehen und darunter wird er fallen. Und viele, die machen es dann, wenn er dann hier Kerzen gerade durchrennt, dann sagen sie, naja, der wird aber bestimmt noch das machen, was der Martin gesagt hat, hier hoch. Und dann hacken die hier unten die ganze Zeit long rein, immer wieder, immer wieder, immer wieder long. Das habe ich früher auch gehandelt. Das Geld habe ich damit keines verdient. Hat man schön, das Geld, was man jeden Monat per Gehalt aufs Konto gekriegt hat, das hat man schön am Markt verfeuert. Das hilft dir nicht, sondern es hilft nur, das zu nehmen, was offensichtlich halt mitgeht und mit dem Markt zu gehen. So, also dahingehend einfach nochmal ein Ausdruck. Wie gesagt, ich versuche das mal irgendwie in ein Video zu pressen, dass man das einfach vorne mit dranhängt, dass man die Leute dann auch immer verweisen kann, dass sie sich dann das nochmal ein bisschen angucken, weil sonst funktioniert das nicht. Man muss sich schon so ein bisschen auf die Art und Weise, wie wir die Analyse machen. Man muss sich einlassen, sonst kann man es nicht zu seinem Vorteil nutzen. Das glaube ich schon. Dann guckt man sich hier den ganzen Tag und denkt sich noch, was machen denn die hier für einen Schwachsinn, ist aber vielleicht trotzdem innerlich irgendwo ein bisschen verhundert, dass es immer wieder die Marken sind, dass es immer wieder die gleichen Strecken läuft, aber man kann es selber gar nicht umsetzen. Und das ist so eigentlich dann der Klassiker. Weil die Leute einfach dann das nicht warten, bis es kommt und mitgehen halt. Gut, also unten haben wir darüber gesprochen, wir haben ja Turnaround Tuesday, soll der Markt direkt nach oben durchstarten, würde ich sagen, aufpassen, aufpassen, aufpassen oder vielleicht sogar so nach einem kurzen Stopp auf der 280 hart nach oben anziehen. Ich würde mal so sagen, über 380, über 400 wäre für mich so eine Art Long Trigger. Das heißt, der steht jetzt zu hoher, wir lassen den da auch, aber eigentlich wäre für mich schon in dem Bereich, dass ich sage, wenn er jetzt wieder so hoch kommt, dass er 280, 400 überwinden kann, dann kommt er auch nicht mehr runter zum Dienstag. Dann wird er wahrscheinlich da oben rauslaufen, 465 noch mal abholen, die haben wir am Montag ja schon vorbörslich mal gesehen, mal kurz angeschnuppert und dann eben drüber gehen, 15, 550, 600. Das wäre meine Erwartungshaltung. Deswegen bin ich aber nicht ultra bullig, ich bin auch nicht ultra negativ. Ich gehe jeden Tag neutral rein, mir ist es scheißegal, ob der steigt oder fällt. Innerlich habe ich es manchmal ein bisschen lieber, wenn er fällt, aber ich glaube, das geht ganz vielen so. Ich freue mich da mehr, wenn der Nasdaq auch hier so einen richtig fetten Kerzen nach unten stellt. Aber das ist, glaube ich, bei vielen Tradern so. Aber grundsätzlich muss euch wie mir, das muss jeden Tag scheißegal sein, ob es hoch oder runter geht. Wir müssen die Punkte holen, wir müssen das Geld verdienen, egal ob das fällt oder steigt, das muss uns egal sein. Und wir müssen uns auf die jeweiligen Situationen vorbereiten. Deswegen sprechen wir immer darüber, was kann passieren, wenn er steigt, was kann passieren, was er fällt. Da geht es nicht darum, Recht zu haben und das genau vorkasten zu können, sondern geht es darum, was kann, was passiert, wie, wenn, wo am wahrscheinlichsten. Wo haben wir einfach Vorteil, den wir für uns ausnutzen können. Und dann bleibt am Ende Geld überhalten. Wenn ich immer wieder versuche, eine Wahrscheinlichkeitsfortzeit zu nutzen, das Risiko zu begrenzen, ich sage es eher, ein bisschen vielleicht laufen zu lassen, und dann wird das was. Also von daher, viele wissen das, viele kennen das, aber ich habe in letzter Zeit wieder gemerkt, dass die Leute sich zu dolle festbeißen und dann sagen, hey, deine Analysen sind total scheiße, du bist total voreingenommen. Wenn ich mir dann die Analyse anhöre und eigentlich dann so feststellen muss, naja, eigentlich haben wir über beide Seiten genug gesprochen halt. Und auch wann hört das oben auf. Und dann da ohne Stop-Loss drin rumgehangen wird, dann geht es emotional los und gehen die Emotionen los und dann hat man eh verloren halt. Dann wird man zum Spielball der Börse und die ist dafür da, emotionale Privatanlegern das Geld aus der Tasche zu ziehen, das hart verdiente Geld und das zu übertragen auf die, die geduldig sind, die schön mit dem Messer am Straßenrand stehen bleiben, auf die Chancen warten und dann gezielt einfach sich immer mal wieder eine kleine Scheibe rausschneiden, sodass am Ende ein schöner, saftiger Braten zusammenkommt. Gut. Punkt. Aus, Ende. 380, 400, oben wichtig. Ansonsten alles darunter jetzt die erste Chance. 270, 230, 180, 180. Super-Mega-Chance. Darunter wäre sehr kritisch. Von dort wieder hoch wäre eine schöne Lang-Chance Richtung 300 und mehr. Und da kann ich das auch schon zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö. Tschö.